Quizlady Der Kopf ihrer Schwester Jenny, gespielt von Sandra Oh, hat schon immer in den Wolken gehangen. Für Anne ist Moderator Terry McTeer, gespielt von Will Ferrell, eine Vaterfigur. Als sein Video von ihr viral geht, in dem sie fehlerfrei sämtliche Fragen der Sendung beantwortet, wird sie im Internet Quizlady getauft und bekommt eine Einladung in die Sendung. Doch auch eine kriminelle Bande, der ihre Mutter viel Geld schuldet, bekommt Wind von dem Video und erpresst Anne. Entweder sie zahlt die Schulden aus oder sie sieht ihren geliebten Hund Linguini nie wieder. Die beiden Schwestern müssen nun eine Quizmeisterin aus der schüchternen Anne machen, damit sie den amtierenden Champion Ron, Jason Schwarzman, schlagen und das große Geld gewinnen kann. Dieselbe alte Leier. Wer nun vermutet, alleine anhand der Prämisse, die gesamte Handlung punktgenau vorhersagen zu können, der liegt natürlich goldrichtig. Wie die allermeisten Buddy-Komödien ist Quizlady so durchschaubar, wie das Objektiv, durch das er gefilmt wurde. Er ist ein Film, den man gesehen hat, bevor man ihn gesehen hat. Ein 99-minütiges Schulterzucken, für das der Streaming-Freitag erfunden wurde. Beinahe schockiert es, dass er seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival feierte. Der Gedanke, dass dieses Werk in einem echten Kinosaal gezeigt wurde, erscheint fast absurd. Spätestens, wenn pünktlich zum Ende des zweiten Aktes die beiden Protagonistinnen die verbalen Giftspritzen zücken, um sich brav zerstreiten zu können, kann man die Checkliste, die neben Jen D'Angelo's Arbeitslaptop auf dem Schreibtisch lag, vorm inneren Auge sehen. Das Finale, konzeptionell, sicher herzerwärmend und bewegend, verkommt zu einer Farce, die sich lediglich kalkuliert anfühlt. Wie soll eine Geschichte auch bewegen, wenn wir sie bereits dutzendfach gesehen haben? Bilder zum Vergessenwerden Dass Quizlady bei all dem auch noch billiger gefilmt und inszeniert ist als jede reale TV-Quizshow, trägt nicht gerade dazu bei, ihn von anderer Streaming-Kost zu differenzieren. Die repetitiven Einstellungen, die uninspiriert aneinander geklatscht werden, könnten jederzeit in eine Nahaufnahme von Günter Jauchs Gesicht münden, ohne dass es auffallen würde. Das kann in den wenigen Teilen des Films, die tatsächlich in einem Fernsehstudio spielen, durchaus beabsichtigt sein, aber nicht in den sterilen Außenaufnahmen. Selbst die Drogensequenz, inzwischen anscheinend obligatorisch für Buddy-Komödien, wirkt im Vergleich zu anderen Vertretern visuell völlig blass. Die wichtigste Frage bleibt also, warum musste Quizlady überhaupt ein Film sein? Der Einsatz von Bewegtbildern fügt der Geschichte keinerlei Ebene hinzu, die auf dem Papier nicht bereits vorhanden war. Ein von den Hauptdarstellerinnen vorgetragenes Hörbuch hätte bei einem Bruchteil der Kosten eine fast identische Wirkung erzielt. Filme wie dieser machen den wenigsten Spaß. Sie brennen keine Bilder ins Gehirn. Man vergisst jede Szene augenblicklich, sobald sie endet. Das Gegenteil eines eindrucksvollen Werkes. Eine verschwendete Dynamik. Der einzige Lichtblick in all dem Grau sind die beiden Schauspielerinnen Awkwafina und Sandra Oh. Erstere, gnadenlos unterschätzt, hat sie doch in den letzten Jahren alles dafür getan, den nervigsten Figurenkatalog aller Zeiten aufzubauen, sollte dringend wieder an ihre dramatischen Darbietungen in The Farewell und Schwanengesang anknüpfen. Zweitere ist in der näheren Vergangenheit eher im Seriensektor in Erscheinung getreten. Oscar-verdächtig brillieren beide hier zwar nicht. Das Drehbuch gibt ein solches Material nicht her. Aber die Chemie stimmt und sie verwandeln manche müde Dialogzeile irgendwie doch noch in einen knappen Treffer. Besonders spannend, ein Adjektiv, das ansonsten auf den Film kaum angewendet werden kann, ist die Entscheidung, die sonst eher laute und großschneuzige Awkwafina zum geerdeten Pol der zentralen Beziehung zu machen. Intuitiver wäre es sicher gewesen, sie in Osrolle zu besetzen und die Altersdynamik der Schwestern zu vertauschen. Wenigstens auf dieses Niveau lässt sich Quizlady nicht herab. Wäre das Material besser, könnte man glatt von einem gewagten Schritt sprechen. Unser Fazit zu Quizlady. Für einen netten eskapistischen Abend auf der Couch ist dieser Film vielleicht gerade noch geeignet. Alle SchauspielerInnen sind sympathisch, wenn auch unterfordert und durch den leichten spielerischen Ton kann man sich angenehm berieseln lassen. Das ist wohl auch alles, was Quizlady am Ende sein möchte. Berieselung. Quizlady erscheint am 3. November bei Disney+. Unsere Wertung anderthalb von fünf möglichen Toastscheiben. Wenn du auch zukünftig mit den neuesten Kritiken und anderen spannenden Videos versorgt werden möchtest, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.